Hallo! Komm rein! Oder kommen wir rein? Ja, jetzt sind wir auf den Bahamas. Simpel, einfach, schön und vor allem ein toller Ausblick. Man muss sich herausruhen, die Ruhe vor dem Sturm. Gässli, mit den drei alten, alles alte Füchse. Durch die Offen, vor allem der Dränen. Danke. Gegen die jungen Lehrstücke. Kleine Zusammenfassung. Der Paco und ich haben das am Ende gemacht, aber von dem hat sich herausgewiesen. Die Top-Tiaten. Stimmt? Kein Kommentar. Wiese gehört zum Yasser. Gewonnen ist gewonnen. Wie folgt niemand? Kannst du das machen, wo du kannst? Die einen können Wiese, die anderen Yasser. Das ist die Schuld. Das ist die richtige. Genau. Jungs, sind sie bereit? Juh! Jungs, sind sie bereit? Juh! Juh! Also, letztes Präinning. Jetzt geht's los. Alle bereit? Immer bereit. Okay Das war's für heute. Was ist denn? Was ist denn? Ich stehe wie es bergen war!